Einen wunderschönen guten Abend. Und herzlich willkommen im Pavillon zum Konzert von Baji Asad und Simone Sou. Die beiden Brasilianerinnen begeisterten am 31.10. das Publikum im großen Saal. Baji Asad, die libanesische, italienische und portugiesische Vorfahren hat, singt überwiegend auf Portugiesisch und versucht, uns ihre Musik zu erklären. Es ist nicht einfach, meine Tätigkeit in nur einem Wort zu beschreiben. Man kann sagen, es ist universelle brasilianische Musik oder eine Mischung aus Jazz, Gitarre, Gesang und selbstgeschriebenen Texten. Unsere Musik sind keine Grenzen gesetzt. Ein kurzer Einblick in die emotionale Show Musik Musik Ich trete mit Simone Sou auf, eine großartige Musikerin. Sie spielt Schlagzeug und Trommeln und reist mit ihren ganzen Instrumenten rund um die Welt, die sie spielt. Das Konzert führte die Zuschauer bis nach Rio de Janeiro. Das Konzert führte diejenigen, die sie in der Welt, 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 die sie in der Welt. Musik Musik Untertitelung. BR 2018 Baci staunt selbst, wie lange sie schon Musik macht. Nächstes Jahr sind es genau 25 Jahre, seitdem mein erstes Album erschien. Das war 1990. Allerdings habe ich schon vorher damit angefangen. Langsam werde ich alt. Europa, Ost-Europa, Amerika, Mexiko, Kanada, Südamerika, viele Konzerte in Brasilien, Australien. Gerade komme ich aus China und war in Indien. Es ist einfacher zu sagen, wo ich nicht war. Afrika, da möchte ich eines Tages hin. Die Sängerin erklärt ihre Gefühle, die sie auf der Bühne erfüllen. Die Bühne ist ein kraftvoller Ort. Ich fühle mich zu Hause. Nicht nervös, genau das Gegenteil. Sehr komfortabel. Ich fühle mich stark, sehr stark, kraftvoll. Auf der Bühne passieren Dinge, die man sonst nicht erlebt. Auch kleine Wunder. Überall sind die Menschen anders. So wie ihre Kulturen. Brasilianer sind sehr warmherzig. Wir fassen uns an und küssen einander. Auch Personen, die wir zum ersten Mal treffen. Das findest du nicht überall. Aber durch Musik passiert sowas. Und dann ist es wie Magie. Zum Schluss erfahren wir von ihr, wie eine Frau ihr das größte Kompliment machte. Einmal trat ich in Finnland auf. Da kam eine Frau nach dem Konzert zu mir und sagte, dein Konzert ist das Beste, was ich je gehört habe. Sie konnte weder Portugiesisch noch Englisch. Das wurde mir übersetzt. Und sie war blind. Das heißt, sie konnte mir ausschließlich zuhören, wie ich auf Sprachen singe, die sie nicht verstand. Das berührte uns beide sehr. Ja. Ich konnte mir nach. Und zu mir, die neue Star Wars showt. Vielen Dank.